Hi! Hi! Ich konnte von da drüben nicht sehen, ob ihr attraktiv seid oder nicht. Also bin ich mal rübergekommen. Ah, wir haben dich auch schon abgecheckt. Und entschieden. Kein Interesse. Und wie ist das Surfen? Oh, ich surfe nicht. Mich schleppt das Board doch nur rum, weil das bei den Mädels gut ankommt. Bauch einziehen hilft ja oft auch schon. Ja? Da drüben sind ja zwei O-Mone Girls scharf auf mich. Bis später. Sei erfrischend natürlich. Mit Lipton Icedee.